Das ist Herr Fred. Jemand war in sein Lager eingebrochen und hat alle Laptops gestohlen. Nachbar Herr Werner wurden aus seiner Firma wertvolle Maschinen entwendet. Nun möchte sich das gesamte Industriegebiet vernetzen und zusammenarbeiten, um einen Revierdienst zu beauftragen. Wo findet diese Interessengemeinschaft jetzt den einen Sicherheitsdienst mit einem fairen Preis? Bei der Schutzschild-Bewachungsgesellschaft. Hier werden die Mitarbeiter nach besonders strengen Kriterien ausgewählt. Ohne Vorstrafen, belastbar in allen Situationen, mit der nötigen Menschenkenntnis und einem gepflegten sicheren Auftreten. Vor allem aber mit viel Berufserfahrung im Sicherheitsbereich und einem Wächterkontrollsystem, damit der Kunde zu jeder Zeit nachvollziehen kann, wann der Wachdienst vor Ort war. Mit diesen Profis fühlt sich das gesamte Industriegebiet zu 100% sicher. Zum transparent kalkulierten Preis. Schutzschild bietet Empfangs- oder Patrouillendienste, Objekt- und Werkschutz, Veranstaltungsschutz in allen Bereichen, vom Kaufhaus bis zur Baustellenbewachung. Jetzt sicher mit der Schutzschild-Bewachungsgesellschaft MbH. Ihr Schutz wird bei uns groß geschrieben.